Hi Fans, heute habe ich euch ausnahmsweise für unser neues Video einen Killifisch mitgebracht. Diesmal einer aus Kolumbien und Venezuela, wo er zu Hause ist. Der Fisch heißt mit wissenschaftlichen Namen Rachovia Splendens. Dieser Stamm, den wir hier haben, stammt aus einer Ortschaft namens Tolo Vio in Kolumbien. Ist eine Ortschaft, die in der Nähe des Pazifischen Ozeans liegt, leichter Höhenlager, aber tropisch. Und den gibt es in vielen verschiedenen Varianten. Dieser hier ist eher ein bisschen bräunig-bläulich mit roten Tupfen und vor allen Dingen auffallenden weißen Flecken auf den Flossen. Die Tiere zählen zu den Bodentauchern. Die gehen also als Bärchen komplett in den Boden und legen da ihre Eier ab. Und die Eier überdauern dann die nächste Trockenzeit. Dadurch sind sie auch nicht sehr alt werdend. Ich denke mal, dass sie so ungefähr ein bis zwei Jahre werden. Älter wird das wohl nicht werden. Dieses Bodentauchen möchten die natürlich im Aquarium auch machen, sonst kommt es gar nicht zur Eierablage. Die müssen also irgendwo komplett verschwinden können. Die Möglichkeit wäre natürlich jetzt im ganzen Aquarium mal eine dicke Torf oder auch Kokosgranulatschicht zu platzieren. Aber dann hätte man natürlich eine Riesenmenge Material, was man dann eintrocknen muss hinterher. Das ist nämlich notwendig, damit die Eier sich entwickeln und nach einem erneuten Aufkuss dann schlüpfen. Als Lösung dafür könnte man natürlich einen Topf reinstellen mit der entsprechenden benötigten Menge Torf oder Granulat. Aber beim Eintauchen wird das Ganze dann nach oben verwirbelt und irgendwann ist da kaum noch Material drin. Deshalb kann man hier eine Konstruktion sehen, die dazu dient, sowohl den Tieren die Möglichkeit des Zutritts oder des Zuschwimmens zu dem Laichmaterial zu geben. Also auch zu verhindern, dass das ganze Material rausgeschleudert wird. Erinnert etwas an einen Steinkasten, so wird er auch oft genannt. Und die Tiere haben das ziemlich schnell raus, wo die hin müssen, um ihre Eier abzulegen. Manchmal hilft es, wenn man den Topf erstmal so reinstellt und den Deckel irgendwann drauf macht. So kann man die dann auch theoretisch in einem Gesellschaftsbecken züchten. Sollte allerdings dann auch ziemlich viel Platz sein, wenn man da auch eine andere Fische drin hält. Die Weibchen sind manchmal ein bisschen zänkisch untereinander. Wenn man genau hinguckt, sieht man das im Moment. Die Männchen sind eigentlich damit beschäftigt, die Weibchen zu überzeugen, mit ihm zu kommen und abzuleichen. Entsprechend ihrer Eiproduktion möchten die natürlich auch gut was fressen, damit die Eier auch entsprechend produziert werden. Sind aber nicht sehr anspruchsvoll da mehr. Vielleicht insofern, dass mit dem Trockenfutter eigentlich nicht so richtig was zu machen ist. Bei denen sollte schon Frostfutter sein oder tiefgefrorenes Futter. Und da kann man viele Sachen ausprobieren, wo die dann dran gehen. Es sollte auch Anflugnahrung möglich sein. Also Drosophila, kleine Fliegen, ist schon ideal dafür. Als Zuchtbecken sollte es schon 54 Liter haben. Man muss ja auch bedenken, dass da ja noch ein großer Topf drin steht und die Fische auch noch ein bisschen Bewegungsraum haben sollen. Wenn man das Ganze in den Gesellschaftsbecken macht, würde ich denen ruhig noch ein bisschen mehr Platz geben. Auch gerade wenn man noch andere Fische dabei halten will, die auch schon mal von dem Einschlupf vertrieben werden. Die Wasserwerte sind bei mir 5 Grad Carbonat hätte ungefähr 14 Grad Gesamthärte. Damit kommen die Tiere sehr gut klar. Es kann auch ruhig etwas in den sauren Bereich gehen. Und auch ziemlich weiches Wasser haben. Bei mir schlüpft bei den härteren Wasserwerten genug. Und mir ist es dann ein bisschen heikel, die Wasserwerte auf sehr weich zu stellen, weil dann auch die Werte schon mal schnell variieren können. Größe der Tiere als Männchen 6 cm plus Flossen. Die können schon ziemlich weit ausgezipfelt sein. Die Weibchen werden so vier, vielleicht auch mal fünf Zentimeter groß. Sie bleiben doch ein ganz Stück kleiner. Die Eier, wenn man sie dann mit dem Granulat eingetrocknet hat, müssen circa zwei Monate trocken liegen. Ich habe irgendwo gelesen, vier Monate. Bei mir schlüpfen soll schon sehr gut nach zwei Monaten bei Temperaturen von etwas über 20 Grad gelagert. Und die daraus schlüpfenden Jungfische, was meistens schon nach zwei, drei Stunden so beginnt, fressen eigentlich auch direkt am nächsten Tag schon Salinkrebschen. Und da kann man die sehr gut mit ernähren. Einrichtung vom Aquarium, ein bisschen Versteckmöglichkeiten, damit die Weibchen sich auch zurückziehen können. Pflanzen, Wurzeln, paar Blätter, denke ich mal, würden die natürliche Umgebung ziemlich gut nachempfinden. So, das wäre es dann soweit. Dann kommen wir zum Haltungsscheck. Größe vom Männchen, sechs Zentimeter plus Flosse, lässt sich immer schlecht sagen, weil die auch ziemlich ausgezipfelt sein kann. Weibchen bleibt ein ganz Stück kleiner, vier bis fünf Zentimeter. Fünf wäre aber auch schon ziemlich groß. Mindestbeckengröße, 54 Liter. Alter, denke mal, dass sie so ein bis zwei Jahre werden, je nachdem, wie warm sie gehalten werden. Wärmer ist immer kurzlebiger, mal wechselwarmen Tieren. Geschlechtsreife, circa zwei bis drei Monate. Laichverhalten sind Bodentaucher. Brutpflege wird keine betrieben. Eventuell wird das der Bereich verteidigt, wo abgeleicht wird. Futter, Frostfutter, Lebensfutter. Klimazon ist tropisch. Temperatur würde ich die so bei 22 bis 26 Grad halten. pH wird 6,5 bis 7,8. Härte, vier Grad Carbonat, hatte 14 Grad Gesamtherte. Es kann auch ein bisschen weicher sein, wie weit es nach oben geht, kann ich nicht sagen. Vielleicht habt ihr da Erfahrung, dann könnt ihr ja mal in den Kommentaren was schreiben dazu. Und Deko eine Ableichmöglichkeit, dass sie sich ihrem natürlichen Verhalten hingeben können. Das wäre es von uns für heute. Bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr den nächsten Film auch sehen wollt, vergesst nicht die Glocke zu läuten und den Kanal zu abonnieren.